Hallo liebe YouTube-Menschen, wenn es um das Thema Displayschutz geht, dann scheiden sich ja oft so ein bisschen die Geister. Da gibt es die Fraktionen, die sagen, hey, Displayschutz auf jeden Fall, wenn ich mir schon so ein Gerät für 1000 Euro kaufe, dann will ich auch, dass das optimal geschützt ist. Vorne Displayschutz, hinten Hülle und vorher geht es nicht vor die Tür. Und dann gibt es da die andere Fraktion, die sagen, ach Displayschutz, wenn ich mir schon so ein teures Gerät für 1000 Euro kaufe, dann will ich auch, wenn das hochbezahlte Designer entwickelt und entworfen haben, genauso benutzen, wie der Hersteller das angedacht hat und mir nicht durch einen Displayschutz oder vielleicht sogar durch eine Hülle die schöne Haptik verschandeln lassen. Wie ist das denn mit dir? Bist du Pro-Displayschutz oder eher Kontra-Displayschutz? Bei mir da ist das so ein bisschen, nennen wir es mal, angepasste Verhaltensweise. Wenn ich ein Gerät neu habe, dann sage ich mir, hey, das ist doch relativ teuer gewesen und ich möchte, dass es lange hält. Deswegen erstmal ein Displayschutz drauf, denn nichts ist ärgerlicher als ein Kratzer im Display beim neuen Telefon. Und ich mache auch mal eine Hülle drauf, denn es geht ja doch recht fix, dass das Gerät mal runterfällt und das will ich ja nicht. Und wenn es runterfällt, dann soll es wenigstens heile bleiben. Nach einer gewissen Zeit, wenn das Gerät dann so drei, vier, fünf Monate alt ist, wenn die ins Land gezogen sind, dann lasse ich den auch schon mal weg und benutze das Gerät so. Ich habe hier einen Displayschutz gefunden auf der Verkaufsplattform meines Vertrauens. Und relativ witzig, als ich mich in die Tiefen des Internets gestürzt habe, um nach einem Displayschutz zu suchen, den ich gut finde, da ist mir aufgefallen, dass es viele Produkte gibt, die schon 70, 80 Bewertungen hatten, obwohl das Produkt noch gar nicht auf dem Markt war. Und in diese Bewertungen waren alle gestrieben in richtig gute Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. So viel zum Thema vertrauensvolle Bewertungen auf Verkaufsplattformen. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt aber nicht lang weiter und schauen uns heute mal den Displayschutz von Torras an. Meine Damen und Herren, der Karton, der ist verglichen mit der Größe des iPhone 12 Mini relativ üppig bemessen. Wir schauen mal, was sich im Lieferumfang befindet. Im Lieferumfang haben wir natürlich den Displayschutz selber und davon haben wir nicht nur einen, sondern gleich zwei im Lieferumfang. Frei nach dem Motto, wer abrutscht, der darf nochmal. Ich habe mich übrigens für das Modell von Torras entschieden, weil dieser Displayschutz auch die Notch des iPhone 12 abdeckt. Das finde ich, sieht optisch einfach schöner aus, als wenn man bei der sowieso schon auffälligen Notch dann noch eine Kante hat. Abgerundet wird das Ganze durch einen schmalen, schwarzen Rahmen, der den Displayschutz noch ein bisschen unauffälliger wirken lassen soll. Den Rahmen, den findet man übrigens auch oben an der Hörermuschel wieder. Hier können wir uns das Ganze mal angucken. Display-Härte H9, Anti-Fingerprint, das sind alles so Standardsachen. Aber ich würde sagen, schauen wir doch mal weiter, was noch mitgeliefert wird. Wir haben zusätzlich noch zwei Pakete mit Installationszubehör beiliegen. Darin befindet sich jeweils ein Reinigungstuch, ein Mikrofasertuch und Anti-Dust-Removal-Sticker. Finde ich ganz schön, dass das in so zwei kleinen Paketen geliefert wird. Dann wuselt das nicht immer auf dem Schreibtisch rum, sondern man kann das gemeinsam weglegen, bis man den zweiten Displayschutz braucht. Dazu gibt es dann noch einen Display-Installationsrahmen. Für alle wie mich, die Probleme haben, das Teil optimal gerade drauf zu kleben. Und ich kann euch sagen, der hier war mir bei der Installation wirklich eine Hilfe. Zu guter Letzt gibt es noch so einen kleinen Rakel. Der ist nicht komplett aus Plastik, der ist oben noch mit so ein bisschen Mikrofaser beklebt. Hilft, um Luftbabbeln rauszudrücken. Ganz elegant. Und ganz unelegant kommen wir jetzt zum unangenehmsten Teil des Videos, dem Anbringen des Panzerglases. Für mich ist das immer eine absolute Qual, denn da bin ich so ein bisschen pedantisch. Da habe ich quasi das Monk-Syndrom. Es muss absolut perfekt sein. Und da nehme ich mir dann aber auch die Zeit und das solltet ihr auch machen. Das heißt, wenn ihr das Ding aufkleben wollt, dann nehmt euch Zeit und macht das nicht, wenn ihr fünf Minuten später los wollt. Denn ich finde, wenn man sowas macht, dann muss es vernünftig sein, damit man sich halt nicht über die ganzen Staubbobel aufregt. Damit ihr euch jetzt nicht aufregt, spule ich hier im Video mal ein bisschen vor. Denn ich habe ja gesagt, ich habe mir Zeit dafür genommen. Und das würde sonst den Rahmen des Videos sprengen. Wir wollen die YouTube-Server ja nicht überstrapazieren, deswegen vorspulen. Aber wir können ja die Zeit für ein bisschen Eigenwerbung nutzen. Daumen nach oben, abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Und nach zwei Herzinfarkten und vier Flaschen Schnaps habe ich es dann auch endlich geschafft. Und ich muss sagen, mit dem Ergebnis bin ich ausnahmsweise mal zufrieden. Aber mit dem geraden Display ist das iPhone ja auch ein dankbarer Kandidat für einen Displayschutz. Und auf den ersten Blick wirkt das Panzerglas auch vielleicht dank der schwarzen Ränder und dem Schutz der Notch relativ unauffällig. Und wenn wir bei einem zweiten Blick mal ein bisschen näher rangehen, dann sehen wir, dass auch dieses Modell nicht komplett bis an den Rand des Displays geht. Was meiner Meinung nach aber okay ist, denn da hatte ich schon schlimmere Modelle. An der Seite, jeweils links und rechts und oben und unten, da haben wir halt noch so einen halben Millimeter Platz, den es wahrscheinlich aber auch für die Hülle braucht. Das schauen wir uns auch gleich nochmal gemeinsam an. Was ich aber ganz schön finde, wenn wir nochmal einen Schritt näher rangehen und uns nicht nur die Ränder angucken, sondern mal oben an der Ohrmuschel einen Blick werfen, dass das wirklich perfekt gerade ausgerichtet ist. Da ist nichts krumm oder schief. Das passt halt wirklich ganz genau. Vielleicht auch dank des Installationsrahmens. Mit Hülle, wie eben schon erwähnt, sieht man den Rahmen zwar immer noch, aber ich denke mal, da der Platz von Hülle zu Hülle, die man anwendet, variiert, ist das vielleicht nochmal so ein gutes Stückchen Sicherheit, damit auch die meisten Hüllen wirklich funktionieren und passen. Ja, soviel dazu. Ich würde sagen, für alle, die sich für einen Displayschutz interessieren, da ist der Displayschutz von Torras auf jeden Fall einen Blick wert, für alle anderen natürlich nicht. Haut mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr auch gute Erfahrungen mit Displayschützen von anderen Herstellern gemacht habt. Und ihr wisst es wie immer, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und mit einem Abo bringt ihr auch mein Herz zum Leuchten natürlich noch viel mehr. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin sage ich einfach mal, Tschö mit Öl!